An was denkst du gerade? Ich genieße es gerade einfach nur. Weißt du noch, was für einen Spaß wir machen, wenn wir zusammen waren? Wir sind zusammen ausgeritten, über die Wiesen galoppiert und waren bei schönem Wetter ganz offen auf der Wiese. Zusammen hat einfach alles am meisten Spaß gemacht. Das stimmt. Vor allem als wir uns die Blume auf dem Rapsfeld am Tag gesteckt haben, das war wunderschön. Unsere wilden Autofahrten haben auch immer riesen Spaß gemacht und waren total cool. Wie oft haben wir zusammen auf der Wiese gesessen, Quatsch gemacht und uns stundenlang unterhalten. Ja, da hast du recht. Aber was auch schön war, als wir mit unseren Pferden durch den See geritten sind und einfach nur nass waren. Vor dem ganzen Wasser. Ich habe mir einfach immer gewünscht, dass ich wieder gesund werde. Laura, was? Laura! Jetzt gibt es noch einmal für mich. Hey, alles in Ordnung mit dir? Möchtest du vielleicht reden? Ja, ich glaube, das könnte helfen. Was? Was? Ja, ich glaube, das ist noch einmal für mich. Vielen Dank.